So, bitte mal hier sammeln. Das ist ganz gut, die können nämlich nicht hochschießen, wenn sie da hochfahren. Glaube ich. Also, wenn sie sich mal alle da hinstellen würden, wo ich sie hinschick, wäre das, glaube ich, eine richtig geile Sache. Machen sie halt nett. Das ist aber auch eine Map, ne? Ich würde sich überall hinstellen und nicht da, wo ich sie mal hinschick. Ja. 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 Begebe mich zur Baustelle. Mineralvorkommen lokalisiert. Mineralvorkommen, sag mal. Mike meldet sich zum Dienst. Schwerer scheißen eingetreten. Ja, die können schon wieder Luftanheiten bauen. Ich nicht. Jetzt fahr halt nicht da runter. Ach, das ist doch alles nicht wahr. So, sammelt euch. Oh, ich habe immer hier gerade Zeit. Hallo, Bild. Bekomme ich mal wieder eins. Ach. Die schwarze Flimmer, die sind auch maximal die Hände. Wie gesagt, das gerade hat genau geschlagen. So, weil ich inzwischen irgendwas Neues und was anderes bauen. Oh, nein. Pst. Nee, halt echt nicht. Also, du bist, okay. Das ist vielleicht ein Problem. Was bist du überhaupt? Unterfeindbeschoss. Ja, stell dich wieder da runter, wo du von allem beschossen werden kannst. Das war auch von den Geschützen. Was soll? Ist das denn schon wieder von dem Müll? Hallo, Vater. Ach, wieso soll ich denn die Hälfte nicht zugewiesen? Nicht da runter? Sag mal. Ist mir eigentlich verarschen? Warte mal. Entwicklung ist abgeschlossen. Ich schicke die schon extra nicht da runter. Schwerer. Boah, was soll ich mit dem Müll? Es gibt noch was ordentliches zum Bauen. In der letzten Mission hatte ich doch Luft anhand alles. Hinter wieder. Der obere ist Müll. Also einfach maximal behindert sich da reinkeilen. Anstatt einfach schön gemütlich von oben die Einheiten wegzuschießen. Nein, müssen sie sich alle maximal behindert da rein. So, raus da jetzt wieder. Super, ich kann sie eine wunderbar schöne Position nicht einnehmen, weil die Fickte-Kai so dünnlicher wird. Raus, ist halt immer noch da drin. Ja. Sensor ist in Betrieb. Ich bin noch irgendwas nicht. Ich habe ja auch alles gebaut. Ja, gibt nichts für besseres. Geldverschwendungen liegen meist nicht wohl, die ich gebaut habe. So, seid ihr jetzt bei dem Allhaus? Ach, ihr seid immer noch nicht draußen. Ich kann lieber die guten Einheiten bossen. Was für ein Unsinn, das ist für ein Unsinn. Jetzt stehen sie immer noch alle draußen quer und nicht zusammen. Mal eben... Das Spiel hat nur zwei Modis. Jetzt ist es zu weit auseinander zu graben und zusammen. Ja, das muss man jetzt mit der Mülleinheit gar nicht gebrauchen. Gucken wir mal, wo ich weiterkomme. Schau, ich weiß nicht, wenn ich weiß, weil jetzt nichts taucht. Okay, was war da drin? 6000. Nein, da ist doch ewig viel drin. Ne? Ah, wie bist du bescheuert. Ja, ja, das mit dem Zähn üben wir nochmal. Ah, jetzt ist doch schön, wenn die KI... Sag mal, du bist ja immer noch da. Soll es doch noch längst da oben gefahren sein. Fährst du jetzt mal nach da oben? Jawohl. Ich bin hier sehr verbunden. Jawohl. Ihr fahrt doch zu! Nicht umdrehen jetzt! Hm. Hä? Schieß doch alle! Mann! So schießen die gar nicht auf den. Was machen wir das mal anders? Ich fahr selbst! Ja, da sind überall Türme, die würden auf jeden Fall auf mich schießen, oder? Das würde mich wundern, wenn wir das nicht tun würden. Äh, was? Was? Was ist das für ein Ding? Ähm... So ein Bug vom Spiel, vom Port? Was ist das für ein Transporter, oder verwechselt da gerade was? So ein Transporter wäre das jetzt ein bisschen sehr OP, wenn der zeigt. What? Ähm... Ne, ich konnte da ein Heimler einschicken, oder? Das war ein Transporter. Was? 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 Wie? Was? Ich bin jetzt einfach durch die ganze Feinde gebraucht, okay? Was? 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 Und Jungs, wie gehts, also? Alles fit? Ja, kennt man. Musst ja, ne? Mhm, ne? Alles easy. Boa, easy, also? Man hat einfach Problem nicht. Die multiplied by the paper schon gut? Kann sich halt jetzt auch gut laufen. wenn der paper solide charakter niemand anderem geoffert muss nur wollen man muss auch mal bereit sein die anderen unter den bus zu werfen läuft doch ja gerade die stellung ist ja alles wunderbar lebt noch mal oder lebt sogar noch was ja passt doch easy ist gar nicht so schwer die mir jetzt noch mal an oder ich hab keine ahnung ich hab das gefühl das soll so nicht ich hab das gefühl wo ist denn das gebaut worden da drin ja aber ich dachte es wäre einfach nur ein transporter von getarnten transporter oder nie ich hab keine ahnung easy überhaupt kein ding nicht so abwurfgebiet abwurfgebiet easy gar kein ding nicht so nicht so gewonnen oder wie geht es aus ja was jetzt will ich mal gucken ob wir eine neue Version machen alles gut hier alles gut hier soll bestimmt so ich hab das beim letzten mal gemacht Informationen wurden zurückgeholt und so richtig ok ok einheiten werden sich jetzt an die suchen der daten begeben ja gar kein problem salidensspionage bringen sie bringen sie ihn ein auf der umlaufbahn befinden die saliden ein oder nicht wie sie das entwicklungsmaterial entwenden wir haben das letzte entwende dateninformationen den Standort der feindlichen Ionenkanone fortstellen können sie ist auf einer waffenplattform eines auf der umlaufbahn besinnlichen batterischen es wurde bereits ein maschinentrupp zusammengestellt der in den batterischen einringen die technologie entwenden die feindliche Ionenkanone zerstören und den batterischen wieder verlassen soll die erholt wird von einer zwei einheit begleitet diese einheit ist in der lage die entsprechende technologie zu entwenden und die zeit zu den daminen zu legen durch die diese Ionenkanone zerstört werden soll die detonation dieser Mienen erfolgt genau 90 Sekunden nachdem die letzte Miene gelegt wurde Ende der Nachricht wir haben wir haben die Ionenentwicklungszentrum herunter legen sie die Ionenkanone Versusim das beinahe den Startplatz sind kommen wieso kann ich mich gar nicht mehr erinnern mh gucken wir mal okay ... ähm der der fuk der kommt noch nova da kommt es ja schon los da hoch eine kleine 2 Sekunden Zeit um hier irgendwas zu machen sterbe erstmal alles die Billo-Einheiten sind das mal alle tot wenn ich sehe naja was willst du machen so sammelt euch erstmal hier wieder können jetzt ein bisschen dauern bis sie sich gesammelt haben vielleicht sammeln sie sich auch nie ja mhm alles nochmal an das mal ok so jetzt sind wir schon einfach also sagte er ja und fing an zu weinen mit dicken Einheiten regeln hier verbrechen dicken Einheiten regeln vor allem die Tode meiner eigenen Truppen du darfst den mal irgendwie so ein bisschen heilen gehen ich meine du musst nicht aber es wäre schön wenn du das mal tun würdest es wäre schön wenn du jetzt nicht Vollgas in die Feinde reinfährst warte mal beiseite ja 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 Zum Glück nur so Biller-Scheiß, aber trotzdem. Bitte nicht da rausfahren. Wo war's das jetzt so langsam mal? Guck mal, reparier das mal, reparier das mal. Was man eine halbe Stunde lang hier Zeug das anschließen kommt, sprengen. So, in dem Kreisverkehr ist nix, da ist auch nix. Da muss ich eine Mine legen, nehme ich an. Das heißt, gut, dass die Heileinheiten vorlaufen. Und er lässt sich hinten wieder einkennen. Ja, da ist nix. Wenn da nix mehr ist, brauche ich auch nicht mal meine Truppen reinschicken. Was ist denn kürzer? Ja, das da... Ich lass das dann mal als letztes. Dann kann ich hier schön bequem die Mine legen. Die Heileinheiten bitte mal hinten hin. Ich bin die letzte Mine, ne? Ja. Ja. Ja.